In dem Manga Sugar Soldier von Mario Sakai geht es um Makoto, die schon seit klein auf ihr Leben im Schatten ihrer großen Schwester fristet, welche schon immer von ihren Eltern sowie den Menschen in ihrer Umgebung bevorzugt behandelt wird. Dazu ist ihre große Schwester noch Model, was bei Makoto zu Komplexen führt. Die Kerle in ihrer Umgebung wollen nur was mit ihr zu tun haben, um an ihre große Schwester rankommen zu können, was ihre Komplexe leider noch verstärkt. Dann aber taucht natürlich wie Iwi mal in Mondes wie immer irgendein neuer Schulkamerad auf mit dem Namen Shun, welcher sich scheinbar doch nur für Makoto interessiert. Oder etwa doch nicht? Der Manga verspricht eine abwechslungsreiche Story mit interessanten Wendungen sowie wirklich tollen Charakterdesign. Eine klare Empfehlung für Leute, die auf Romanzmanga stehen. Die Zeichnungen des Mangas sind auch sehr gut und wirklich detailliert abgebildet. Leider für mich etwas zu kitschig oft, aber das ist jedem selbst überlassen. Der Manga wird gepublished von Tokio Pop und wie es für Tokio Pop üblich ist, die haben noch nie etwas von den japanischen Anreden gehört. Also sucht ihr diese mal wieder für Games. Die sonstige Übersetzung des Mangas ist aber ganz gut und ich habe sonst nichts entdecken können, wie bei einigen anderen Manga. Also da kann man ruhig zugreifen. Es gibt sogar ein 3 Folgen Anime, welcher leider nur Werbung ist. Anfangs dachte man wahrscheinlich, boah cool Anime von. Leider ist dieser Anime wirklich nur Werbung. Er besteht nur so aus etwa 3 Minuten Teilaufschnitten aus dem Manga, die nicht mal wirklich zusammenhängen. Wenn man in der ersten Folge guckt und dann die zweite, sieht man, dazwischen fehlt eine ganze Menge. Es ist reine Werbungmache. Kann man vorher gucken, muss es aber nicht. Es ist auch etwas viel Spoiler drin, in meiner Meinung nach. Das müsst ihr selbst entscheiden. Auf jeden Fall bei mir eine klare Kaufempfehlung für Sugar Soldier, für die Leute, die auf Romantik stehen. So, das war es dann auch schon mit dem Preview. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen zu einer Kaufentscheidung und wünsche euch dann viel Spaß mit dem Manga Sugar Soldier. Choice 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 拜